Eins der schwierigsten Dinge beim Seifensäden ist, dass der Seifenleim lange genug flüssig bleibt, um wunderschönes Swirls, also Muster, in die Seife zu bekommen. Und damit dir das auch gelingt, widme ich mich in meinen fortgeschrittenen Kursen, wo es um Technik und Design geht, dieser Thematik sehr ausführlich. Und dann zeige ich dir natürlich auch noch, wie die schönen Swirls funktionieren. Mein Name ist Diane Schmid, ich bin Betriebswirtin, Unternehmensberaterin und Seifensiederin aus Leidenschaft. Also meiner Meinung nach ist Seifensieden das beste Hobby, das man auf der ganzen Welt haben kann. Man kann unglaublich kreativ sein, sich mit Farben, Formen, Düften und Inhaltsstoffen spielen. Die Inhaltsstoffe, die kann man auf die eigenen Bedürfnisse abstimmen, dann weiß man, was drinnen ist und kann auch der Umwelt etwas Gutes tun. Die Rezepte in den Kursen sind alle palmölfrei. Ich stelle dir auch einige regionale Rezepte vor, regional im Sinne von europäisch, also Rezepte mit europäischen Rohstoffen, auch vegane Rezepte. Und das sind Rezepte, die auch ziemlich gut funktionieren, also wo die Seife danach auch einen guten, stabilen Schaum produziert. Meine gerührten und gesiederten Werke, die dokumentiere ich in meinem Blog online auf www.seifenimglück.com. Dort kannst du dich auch für meinen Newsletter anmelden. Ich freue mich wirklich total über jeden und jede, die sich bei mir im Newsletter anmeldet, einen Kommentar, einen Blog hinterlässt. Aber am meisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns persönlich in einem Kurs kennenlernen. Vielen Dank. good-bye. Outro Back